Das ist ja gar nicht mal so einfach, das Level. Hopp, das geht gar nicht, also ich mein, das geht schon, aber das ist doch voll das Gefremel. Wie tief kann ich in die Lava hier einsinken? Nicht sehr tief. Scheiße, auf diesen verkackten Block. Ich geh direkt auf die Notwisch. Oh. Mario. Ja, natürlich. Hey, blöde Kuh. Es ist unmöglich. Vor allem, ich hab das Gefühl, dass ich diesen Yoshi auch für irgendwas brauch. Und das... Und das steigt... Das lässt meine Sorge steigen, dass ich Yoshi für auch irgendwas... Ey, es ist gar nicht mehr... Es ist überhaupt nicht mehr so witzig, wie es früher mal war. Was ist da los? Mario war früher ein schönes Spiel. Bis es die Unmöglichkeitsindustrie kaputt gemacht hat. Hello, welcome by Unmöglichke Industries. Indiz... Dann kommt dieser zweite Stein und fickt mich. Seht ihr meine Augen richtig grün werden vor Wut? Grinch. Grün. Meine Herren. Guck mich, dass Mario plötzlich nicht mehr springt. Schlechter, schlechter Ausgangspunkt. Oh Gott, ich bin schon seit 80 Millionen Jahren komplett still, weil ich die Scheiße hier nicht hinkrieg. Ich hab jetzt hier bestimmt 100 Versuche nur auf diesem Scheiß-Drehding. Mir bleibt echt gleich der Sack. Ich brauche Hilfe, bitte! Bitte hilf mir! So Arschlochstein. Ey. Jedes Mal denke ich mir, scheiße, hier höre ich jetzt auf. Hier muss ich aufhören. Und dann geht's aber doch irgendwie grad so weiter. What? Seht ihr, wo ich gespeichert hab? Auf ein verfickt neues Mal. Ich werd verrückt, wirklich. Ich bin gerade auf dem Weg, um jetzt weiter zu spielen. Wisst ihr, wo ich jetzt gespeichert hab? Ich sterb gleich. Ich hab's endlich geschafft und bin wieder hier. Ah, es läuft schon ganz gut hier. Ja, Gute! Oh Gott, es macht ne Drehung. Ist schon so ein bisschen unmöglich gerade, weil, oder? Jetzt allein von der Zeit her. Ich spring hier drauf und komm hier drauf. Okay, aber das war's. Oder kommt das grüne Schildkrötchen zurück? Und ich kann auch nicht weiter. Guckt. Oh. Ich kann weiter. Hat er erledigt. Ich kann doch nicht weiter. Ich komm nicht weiter. Das Level ist dann aber noch nicht zu Ende. Ah. Leute, ich weiß echt nicht, ob ich das schaff. Ich weiß nicht, ob ich das schaff, Leute. Wirklich jetzt. Guckt euch die Scheiße an! Guckt euch den Speicherstand an! Achtung, ich lenk voll Dampf zurück. Ist aber noch zu retten. Ja! Oh Gott, den hab ich ja gerade noch mal gerettet. Den Spielstand. So. Das ist sehr einfach. Ich spring hier hin. Das war dumm. Ich spring hier drauf. Dann. Hier drauf. Dann. Darüber! Mensch, kurz! I'm just a tire. Fuck that shit! Diese weißen Ärsche, die hier raushängen. Oh man. Mario. Was macht der da oben ins Böses? Was hier gibt's? Oh geil! Oh geil! Also das hier hinten wirkt ja schon ein bisschen, äh, äh. Komm ich da überhaupt drauf? Hä? Hilfe! Läuft! Ist möglich. Total easy. Das dumm ist, ich hab die Tasten blöd gelegt. Muss ich das so dumm halten wie so ein Arschloch. Aber ich komm doch gar... Oh Gott. Sag bloß, ich muss das so machen. Ey, das ist ja un... Das ist ja... Das ist ja gar nicht mal so einfach, dieses Spiel. Da ist sogar... Da ist ja sogar ein Stein zum draufstehen. Na dann ist das natürlich... Das vereinfacht die ganze Sache natürlich enorm. Alter! Ich nehme schon ewig auf! Boah, das ist richtig... Das ist richtig abartig, das hier. Und dann stirbt man manchmal einfach so, weil er Bock hat zu sterben, der Mario! Ja Mario, bitte stirb einfach aus Spaß! Diese Stelle ist meine Lieblingsstelle, ich werde sie in meinen Memoiren festhalten. Knapp! Knapp aber herzlich! Ich hab gespeichert! Wie soll ich denn die Stelle hier schaffen? Kommt euch mal die Scheiße an hier! Also ich mein, egal wie ich... Also Leute, jetzt sagt mir aber bitte nicht, dass es hier tatsächlich weitergeht. Das war das mit dem Spiel, ne? Das ist ein lustiges Ende jetzt und, äh, und, äh... Und das war's. Danke, dass ihr es zugeschaut habt. Wie soll ich denn da rüberkommen? Ich bin nur noch eins. Mario! Ihr seht es selbst ein, dass es nicht geht, ne? Ihr seht es ein, dass es nicht weitergeht hier. Na gut, ich kann auf diese Flamme springen. Aber die ist zu hoch! Also ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass mich die Flamme da noch rüber schießt, aber ich versuche jetzt zumindest einmal in diese Flamme zu fliegen, im Drehmodus. Wenn mich die Flamme killt, dann hat sich das erledigt. Erzählt mir keinen Scheiß, das kann... das geht nicht weiter, bestimmt nicht. Ich spring nicht! Ich spring nicht, ich mach gar nichts. Jetzt! Scheiße, ich verpasste es immer. Soll ich hier speichern? Ja, ich speichern jetzt. Ich hab schiss, dass ich hier noch was machen muss. Dass das schon ein Fehler ist, was ich hier überhaupt die ganze Zeit mache. Es ist doch, äh, es ist unmöglich, oder? Hier geht es nicht mehr weiter, ey. Hier geht es nicht mehr weiter. Hier kann es doch nicht mehr weitergehen. Irgendwie kommen wir so voll, als könnte ich das hier so... Mir kommt es so voll, als könnte ich es schaffen. Aber er springt einfach nicht mehr dann. Wisst ihr, was das für ein heißer Ritt wird, wenn das klappt? Das ist der Beweis gewesen jetzt, oder? Ich hink in die Fresse von dem Scheiß. Bums. Ich hab keine Möglichkeit darüber, also entweder muss ich mir ein Video anschauen. Aber wenn das genau so funktioniert, dann flipp ich eh aus. Vor allem, ich bin so müd! Ich komm nicht drüber. Da hinten, der Stein geht da eh unter. Ich hab ja gar keine Chance hinzukommen. Ich geb auch so ungern auf. Aber das muss sein. Ich verreck hier gleich! Ich hab jetzt für die letzten, ich weiß nicht wie ich die schneid, eine oder zwei Sessions, zweieinhalb Stunden gebraucht. Ah! Leute, ich kann nicht mehr. Ich bin nass geschwitzt, ich hab Hunger. Das Handy, wisch! Also vielleicht, wenn mir jemand da irgendwie eine leichte Lösung nennen kann. Eine leichte Lösung. Dann bin ich da vielleicht nächstes Mal nochmal am Start. Also mach ich da noch weiter. Aber es ist ja sowas von behindert. Allhaupt gelb, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!